Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Was macht das? 18,50 18,50? Habt ihr die Preise erhöht? Nee, eigentlich nicht Egal Kleiner hab ich leider nicht Machen wir 20? Nee, komm 23 Dankeschön Entschuldigung, ich kann dir jetzt eine 25 rausgeben, ich hab kein Kleingeld mehr Kein Problem Ja Danke Das ist ja lustig, dass du wieder die Pizza auslieferst Wie meinst du das? Naja, ich wollte fragen, ob du das hauptberuflich machst Nee Das ist also nur ein Nebenjob? Ja, das ist nur ein Nebenjob Okay, krass Ist bestimmt anstrengend, oder? Jeden Abend Pizza hier, Pizza dort Du hast bestimmt nicht immer so So, so nette Begegnungen Also, also sind nicht immer alle nett Es gibt bestimmt ganz heftige Geschichten, die du schon da erlebt hast, oder? Ja, also, also einmal konnte einer seiner Pizza nicht bezahlen Nein Das war bestimmt schlimm für dich, oder? Was hast du da gemacht? Naja, ich hab's ihm geschenkt Oh, das ist mega lieb Ja, also ich müsste dann jetzt Oh mein Gott, ich halte dich voll auf Ach nee, nee, alles Achso, cool, dann halte ich dich also nicht auf Ja, na gut, also schon, aber es ist okay Was machst du denn tagsüber? Tagsüber? Äh, ich lese? Nee, ich meinte eigentlich, was du sonst so Egal, was liest du? Per Anhalter durch die Galaxis Was? Per Anhalter durch die Galaxis Das kenn ich gar nicht Ist das gut? Ja Also, ich müsste jetzt wirklich Ja, ja, klar, klar Ab mit den Pizzen Durch die Galaxie Hero of the Galaxies Tschüss Ciao Hero of the Galaxy What the fuck Ow I feel good I feel good A new life Now I feel good I feel good I feel good Vielen Dank.